Feuer, Flammen, das Knistern vom Holz. Was gibt es nicht Schöneres als draussen am Feuer zu ziehen? Ich selber liebe es draussen am Feuer zu ziehen, mit Jungen ein Feuer zu machen. Doch wie macht man das Feuer? Genau, ich habe hier so Zundhölzchen dabei und jetzt wollen wir das Feuer anzünden. Aber wer sagt, dass das funktioniert? Man weiss es ja nicht. Funktioniert wirklich das mit diesen Zundhölzern? Oder müssen wir die Würste sogar roh essen? Ja, ich weiss nicht. Vielleicht geht ja das gar nicht. Es steht zwar, sie wären für das da, aber eigentlich ist es für die Zundhölzern auch gemütlich, in den Schachteln zu bleiben. Ja, und wie finde ich jetzt heraus, ob das wirklich funktioniert? Vielleicht ist das Zundhölzchen nachher nicht mehr gleich wie vorher? Ah, ich könnte vielleicht schauen bei anderen, ob das funktioniert hat oder nicht. Oder ja, vielleicht müsste ich es einfach ausprobieren. Vielleicht passiert etwas ganz Neues mit dem Zundhölzchen. Ja gut, aber eigentlich ist es ja eigentlich auch ganz schön in den Schachteln. Dann gehen die Zundhölzchen nicht kaputt. Okay, wir probieren es mal heraus, ob das wirklich funktioniert mit diesen Zundhölzchen. Ja, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Ich weiss nicht recht. Probieren wir es heraus. Und es funktioniert wirklich. Es brennt. Es ist etwas völlig Neues. Es gibt Licht, es gibt Wärme. Ich glaube, für das Zundhölzchen ist es eine ganz andere Bestimmung, als einfach in den Schachteln zu liegen. Es ist stark zum Brennen. Und so ist es doch auch mit dem Glauben an Gott. Wir haben so viele Gefühle, es geht doch auch ohne Gott. Wir können ja auch ohne Gott leben. Aber ich glaube, dein Leben hat noch viel mehr. Es gibt eine Bestimmung für dein Leben. Gott will mit dir eine Beziehung haben. Und es ist etwas ganz Neues möglich. In der Bibel, im Römer 8, Vers 16 steht, Der Geist selbst gibt unserem Geist die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. Das heisst, wenn wir an Jesus glauben und ihm aufnehmen, können wir Kinder von Gott sein und kommen dem Geist rüber, wo etwas ganz Neues ist, etwas, das brennt, etwas, das in unserem Herzen wirkt. Und weiter steht, wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Also wir sind sogar Erben. Wir können von Gott, vom allergrössten Gott, erben. Und wir werden sogar einmal im Himmel mitverherrlicht. Also wir können mal in Herrlichkeit mit Gott leben. Es kann auch sein, dass wir leiden müssen, wie das Zutözel nicht mehr gleich aussieht. Aber es hat brennen, es hat seine Bestimmung gefunden und es hat anderen ein Licht und Bär mitgegeben. Was willst du machen mit deinem Leben? Bleibst du in der Schachtel oder willst du brennen? Deine Musik Deine Musik Deine Musik Untertitelung des ZDF, 2020